Halli Hallöchen meine Freunde und damit herzlichen Willkommen zurück zu Territory. Das ist schon komisch dieses Geräusch, das dieser Seed Extractor da macht. Krischelt da rum. Da haben wir wieder zwei Ohr, sehr gut. Iron Bar meine ich natürlich. Oh, achso, ich bin voll, deswegen geht's nicht. So, dann tun wir mal ein bisschen Upgraden. Wo waren wir denn? Hier. Upgrade auf Steinwand. Die haben wir schon, dann können wir das ja auch upgraden. Und das auch upgraden. Und hier auch upgraden. Und dann können wir eigentlich den Boden auch upgraden. Oh, schön. Oh, ich hab dreckige Schuhe an. Und das war's auch schon wieder mit den Steinen. Ja, da können wir eine schöne, schöne stabile Hütte draus machen. Und dann wollte ich noch in eine andere Richtung laufen, ne? Entschuldigung. Ich fülle mal meine Wasserflaschen kurz wieder auf. Trink noch was. Krats. Kratz, Kratz. Krats. Was ist da drüben? ein schild wo war der trader hier da hinten irgendwo da laufen doch welche oder bisschen stein hätte ich noch gern glaubt da schaue ich mal hier oben hat es schöne musik mehr von der musik more music often also öfters mehr musik schöne musik da unten sehe ich noch nein sehe ich nicht aber hier jetzt tropfels wieder so ein bisschen art ist schön gemacht so das war es auch mit der wo ist die pickaxe hier wo kriege ich die hin los schlag zu ja die musik ist die samples die music samples sind viel zu kurz the music samples are too short such a good music should play the whole time beziehungsweise more often offen 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 keine ahnung öfters halt schöne musik aber wohl die könnte eigentlich auch durchgehen laufen das wäre auch okay ich glaube es regnet etwas stärker kommt da ein gewitter wie viel haben wir denn jetzt werden irgendwie 20 20 allen bars hatten wir glaube ich bisher ist da irgendwer der mir gefährlich werden kann nein ich bin immer noch im zoom ok interessant also ein nader back wenn man ranzoomt und dann die waffe zurück nimmt war für da ranzoomen war für weg und dann kann man gesund laufen und man kann auch gesund mit der spitzhacke hacken ja und wenn man die waffe wieder anwählt dann geht es wieder normal ok ist ein bug aber ist eigentlich gar nicht so schlimm so es wird langsam wieder dunkel ich bin äußerst ungern bei dunkelheit draußen da ist so ein satellitending ja mein haus fällt auch überhaupt nicht auf ne sieht aus als würde es lichterloh brennen davon mal abgesehen was ist das hier holz holz das ich mal liegen habe lassen da ist einer tatsächlich oh oh habe ich ihn ich habe ihn ja ja oh hunter loot toll na super keine knarre dabei womit hat er auf mich geschossen wenn er keine knarre dabei hat sehr seltsam aufnahme läuft noch ja sehr gut nicht dass ich schon wieder hier schießerei hatte und keiner sieht's da haben wir noch holz und stein warum auch immer kann ich mal hier meine magazine wieder laden die coins mal hier hin tun und da gehe ich lieber wieder rein in mein schönes hüttchen wo ich jetzt nicht mehr reinkomme wegen den steinen so dann essen wir mal was und dann verbinden wir uns mal haben wir doch ein bisschen was mitgekriegt jetzt so coins 22 sehr gut munition hier ist auch leer hier ist voll ok 5 iron bars da haben wir wieder da haben wir noch holz fürs fuel wo können wir das reinpacken hier die können wir verkaufen pflanzenfasern ok ja dann noch ein bisschen upgraden hier hier drin auch ah schön jetzt kann man nicht upgraden schade hier sieht's mein dach aus iron bar ok das hier ist stein das sieht mir aber aus wie holz aber man kann es mit stein upgraden sehr seltsam die pflanzenfasern die packe ich mal da rein hier ja egal ah das inventar ist ein durcheinander so wie weit bist du hier storage 5 blueberry seed hab ich nicht nochmal blueberry gefunden nö gut dann hör auf damit gib mir die 5 see this already planted da geht die zeit geht hier runter sehr gut draußen könnte ich nochmal was pflanzen oh dann hat das genug wasser oder ja wasser ist voll weil es regnet oh reining oh nice gute feature sehr gute feature wenn es regnet das Wasser ist voll das ist perfekt perfekt berries why why only one berry that's strange that's really strange one berry ein Busch ein Busch wo nur eine Beere dran wächst das ist ja ich weiß nicht ähm wo ist dieses andere da da war doch noch was deadly silent drying rack nein das wollte ich nicht wo ist das andere da war noch was mortar well den wollte ich mal ausprobieren zwei rope zwei duct tape duct tape duct tape habe ich noch sieben rope habe ich gar keins äh rope brauche ich zwei stück duct tape und stoff sollte dann passen muss auch mal wieder duct tape machen blubberrie seeds strawberry seeds tulips seeds hoch so also einen ein seil haben wir zwei seile haben wir 100 wooden packs und 300 holz die 300 holz die kriege ich wahrscheinlich her 100 wooden packs habe ich auch da hätte ich noch gehört naja gut ja dann glaube ich mir hier mal ein bisschen holz raus 6 iron bars 6 iron bars wie viel haben wir mittlerweile 18 von 50 eie warum habe ich diesen dämlichen bauch haben in der hand die ganze zeit ähm wie viel 300 ne eins 2 und den nehmen wir auch noch mit jetzt haben wir hier wieder ein bisschen weniger holz aber naja das sollte wohl doch noch reichen ja das brennt wohl noch eine weile so wo ist er wooden well einmal den wooden well 90 sekunden dann können wir nämlich den raus stellen und dann füllt der sich wahrscheinlich wenn es so schön regnet wie jetzt wunderbar jetzt komme ich hier echt nicht mehr drüber wegen dem wegen dem stein hier man das sieht aus echt wie bei minecraft ah schön dass die auch nass werden hier drin also hier ist water auch voll obwohl es draußen regnet aber wahrscheinlich regnet es hier rein hier durchs fenster und da jetzt gleich gleich haben wir eine blaubeere eine dann stelle ich den well den könnte ich dann theoretisch hier am fenster am fenster aufstellen der wird dann bestimmt auch wenn es regnet automatisch voll egal ob da was nur da drin steht und denn das hier wird ja auch voll obwohl es drin steht aber es wächst ja auch obwohl es drin steht also eigentlich ist der wahrscheinlich für draußen konzipiert ja geht schon ist ja am fenster dran also es regnet hier rein definitiv ist ja nur so ein bisschen holz hier und die sonne scheint hier auch rein das ist schon okay ist akzeptabel schon fertig mein well wo ist der oh nein der well funktioniert nicht der well doesn't work oder war der hier nein wo ist mein well wurden well 300 holz hat das ding gekostet wo ist das ist nicht hier hat auch kein geräusch gemacht beim craften und 300 holz verloren eieieieieiei die wooden well doesn't work und äh eat all my wood that sucker sowas oh nein oder liegt der draußen ok machen wir dazu gruselig ach nö das ist jetzt doof cowboy ach menno kein wooden well ja komm ja early access ich weiß aber schade ich wollte den ausprobieren da hätten wir schön wasser sammeln können draußen das regnet ja so gerade so schön ach man ok also dann machen wir drying rack und so ein Zeug machen wir mal auch mal noch nicht unbedingt ja und seile auch verloren oh man iron bar iron bar der dauert so lange 18 iron bars zuerst da sind glaube ich schneller die die dinger die coins gesammelt von den jägern hier es hat auch wieder aufgehört zu regnen tatsächlich stern klarer himmel jaja gut ja ich weiß nicht ob ich noch mal neue spiel anfangen soll weil ich bin jetzt schon sehr enttäuscht wegen diesem wegen meinem brunnen dass mein brunnen weg ist das ist schon das ist schon sehr tragisch ich würde gerne die hütte noch ein bisschen versteinern sieht ja jetzt schon gut aus machen wir hier ne röse da oh ach ja den boden habe ich ja auch gemacht stimmt ja sieht schon cool aus eigentlich ja stimmt hier habe ich den boden auch gemacht ich habe angst dass ich hier dinge entzünd ähm kann ich denn hier die taschenlampe machen flashlight 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 das ding kostet 40 der third line rifle mosin nagant is a five shot bolt action rifle das ist natürlich die frage ob das ding besser zielt aber wir haben nur die zwei zielvisiere hier und da steht äh moderate zoom also ein moderater zoom ein moderat hoher zoom oh die sollte ich auch machen damit ich irgendwelche kisten die wir finden können auch aufkriegt dann sonst reg ich mich auf dann finde ich die kisten und kann sie nicht öffnen aber ist und wie viel haben wir gekriegt eine eine beere hier eine beere zack fünf gehen schon fünf oh fünf gehen schon okay gut ja dann krischel du da hier mal rum so zwei iron bars haben wir wieder das dauert ewig mit den iron bars und wenn man dann überlegt dass man dann hier diesen diesen iron furnace auch 50 iron bars braucht oh das ist zu viel das ist zu viel 50 iron bars für diese Furnace. Oh, das ist zu viel. Oh. 10. I would say. 10 Iron Bars. Hm. Das ist okay. Oh, 10 Iron Bars. Das wäre genug. Naja. 20 haben wir schon. Von 50. Und dann haben wir noch kein Magazin. Dann brauchen wir nochmal. Für das Magazin brauchen wir nochmal 1. Oh Mann. Balancing. Ein bisschen Balancing brauchen wir noch. Need more Balancing. Von Iron Bars. Too much. Von Magazin. Okay. Gut. Dann würde ich sagen. Nicht geschlafen. Schon wieder spät. Schon wieder nach 1. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Wenn es wieder ist. Time to play. Ach so. Da ist jetzt. Keine Ahnung wann das war. Vor ein paar Tagen eine Folge ausgefallen. Da habe ich drauf gewartet. Aufs Update. Und deswegen nicht aufgenommen. Und dann musste ich hochladen. Das war dann quasi einen Tag später. Dann wird das immer schwierig. Ja. Wenn nicht direkt Folgen kommen. Dann nicht verzweifeln. Es geht im Normalfall weiter. Außer hier würde sich nichts mehr tun. Weil der Entwickler nicht hinterher kommt. Oder so. Oder weiß ich nicht. Dann. Pausiert das Ganze dann erstmal. Aber das. Ja. Ihr seht es ja. Wenn es was Neues gibt. Dann heißt das. Das Alte ist beendet. Vorerst. Und. Ja. Wenn es nichts Neues gibt. Aber eine Folge nicht kommt. Dann heißt das im Normalfall. Dass es dann. Mit Verspätung kommt. So. Gut. Also. Dann macht es mir gut. Und wir sehen uns dann wieder. Tschüss.